Vor dem Hintergrund immer stärkeren Kostendrucks, steigender Qualitätsforderungen, immer strengerer Sicherheitsvorschriften und Gewichtseinsparungen hat 3M Aerospace ein innovatives Produkt entwickelt, das auf die Anforderungen der Hersteller von Flugzeuginnenausstattungen zugeschnitten ist. Die Kern- und Randfüllmasse Scotchwelt EC3550 BA FST. Diese zwei Komponenten, Rand- und Kernfüllmasse, härtet bei Raumtemperatur aus und ist extrudierbar. Das mühsame Kneten von Hand ist damit endgültig vorbei. Im Markt gilt dieses Produkt als kleine Sensation. Das Problem war bisher immer das mühsame manuelle Verarbeiten. Und das ist mit diesem Produkt gelöst. Die innovative Kern- und Randfüllmasse von 3M eignet sich selbst für den automatisierten Serieneinsatz. Im ausgehärteten Zustand zeichnet sie sich durch die niedrige Dichte, hohe Festigkeit und exzellente Beständigkeit aus. Das Produkt ist einfach in der Anwendung. Die Ausfräsung der Wabe wird mit Kern- und Randfüllmasse gefüllt und anschließend mit einem Spachtel abgezogen. Nach der Härtung entsteht eine saubere, ebenmäßige Oberfläche mit Schutz vor äußeren Einflüssen. Die innovativen Kern- und Randfüllmassen erfüllen die hohe luftfahrttechnische Norm hinsichtlich Brandverhalten, Rauchgasdichte und Toxizität. Die 3M Scotch Weld Kern- und Randfüllmasse. Einfache Verarbeitung, erfüllt Brandanforderungen, hohe mechanische Festigkeit, exzellente Beständigkeit. Einfache Verarbeitung, erfüllt Brandanforderungen, hohe mechanische Festigkeit, exzellente Beständigkeit.